Musik Einsam ist sie, die Walli. Dass ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist, hat ihr der Vater nie verziehen. Auch nicht, dass ihm der Hoferbe, der erwartete Bub, versagt geblieben ist. Auf der Hochalm werden seine Lämmer eine leichte Beute der Geier. Musik Walli steigt in die Felswand ein, um das Geiernest auszunehmen. Die Zuneigung ihres Vaters will sie dadurch gewinnen. Da greift sie der alte Geier an. Walli hätte den Angriff nicht überlebt. Doch Josef, der Jäger, hat alles beobachtet und den alten Geier mit einem Schuss verlegt. Walli verliebt sich in Josef. Ihr Vater jedoch hat andere Pläne. Aber Walli begehrt dagegen auf. Erleben Sie die Geier-Walli? Eine Geschichte von Unterdrückung, Aufbegehren, Einsamkeit und der Suche nach Liebe. Musik Untertitelung des ZDF, 2020